Ich bin der Julian Brink, bin 18 Jahre alt und komme aus Pfaffenhofen. Ich habe hier 2019 angefangen zu lernen und war da größtenteils im Raum Pfaffenhofen eingesetzt. In der neunten Klasse ist mir aufgefallen, dass ich so langsam mal eine Ausbildung bräuchte. Nach dem Praktikum hier in der Bank ist mir aufgefallen, wie viel Spaß der Beruf des Bahnhofmanns macht. Am besten an der Ausbildung gefällt mir auf jeden Fall, dass man in jedes Team sofort mit integriert wird. Es ist so, wenn man als Azubi in eine neue Filiale kommt, wird man da nicht wie der 0815 Azubi behandelt, sondern als voll integriertes Teammitglied. Eine Lieblingsstation in der Ausbildung war auf jeden Fall die Filiale in Orbach. Dort habe ich mich einfach sehr wohl gefühlt, weil es ein absolut cooles Team war. Außerdem hat man dort viele Einblicke in das Beraterleben bekommen, also das Leben nach der Ausbildung. Durch die Ausbildung habe ich mich persönlich auf jeden Fall auch weiterentwickelt. Das Telefonieren mit fremden Menschen fällt mir nur deutlich leichter als vor der Ausbildung. Die Ausbildung kann ich denen empfehlen, die auch Lust haben, in einem coolen Team zu arbeiten und sich gleichzeitig auch für wirtschaftliche Themen und den Kundenkontakt interessieren. Telefonieren mit fremden Menschen. Ja, ich kann es nicht.